Habe ich wirklich alles? Habe ich auch nichts vergessen? Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Sehr sehr schön. Übrigens, dass euch die Folge von gestern, die Real Life Folge oder dieser Mix, den wir da hatten, ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Und mit über 1000 Aufrufen und ich glaube über 200 Likes und ich glaube 60 Kommentare. Richtig, richtig krass. Super, super nett, dass ihr das gar nicht mal so schlecht fandet. Aber heute wieder eine ganz normale Folge, also nichts von draußen. Wetter hat sich aber auch überhaupt nicht verbessert. Was sich auch nicht verbessert hat, sind die Clanspiele. Ich weiß im Moment nicht, was ich hier nehmen soll. Beziehungsweise, ich weiß es eigentlich schon, aber ich muss erst was, ich muss erst noch was vorberaten. Dieses Mal verkaufe ich aber meine Trainings Potions eher nicht, sondern ich nehme, ich nehme sie. Eine habe ich jetzt schon genommen. Zwei muss ich noch nehmen, damit ich überhaupt diese drei hier einsacken kann. Und ich glaube, ohne es jetzt vorweg zu nehmen, ich werde einmal diese Schaufel, glaube ich, nehmen. Einmal nehme ich diese Schaufel. Obwohl meine Weihnachtsbäume super, super gewachsen sind dieses Jahr. Und hier hinten nehme ich wahrscheinlich irgendwie so, ja, weiß ich noch nicht, vielleicht das Gold. Das kann ich im Moment ganz gut gebrauchen. Und in den letzten beiden Tiers, da werde ich die Mauerringe in jedem Fall nehmen, denn in meinem Nachtdorf geht es doch eher schleppend zu Zugange. Ich meine, im Hauptdorf sind die Mauern bei mir auch stieflich oder stiefmütterlich behandelt. Nur, da lassen sich wenig effektiver nachfahren. Und ihr seht das hier, ich habe zwei Bobs mittlerweile frei. Ich muss jetzt noch so ein paar Elixier-Kollektoren und ein paar Goldminen machen. Ansonsten bin ich hier durch bis auf den einen, ist es der hier? Ne, der ist es gar nicht. Es ist dieser hier bis auf den einen. Den muss ich noch zweimal leveln. Das heißt, einmal auf Normal auf Level 11 und dann noch mal das Gear abmachen. Also aus dem Nachtdorf. Den Typen einmal für zwei Wochen hier rüberrufen. Mal sehen, ob oder wann ich das mal mache. Aber ansonsten bin ich hier maxed. Ich bin auch gut zufrieden. Wir haben den letzten Klankrieg vor allen Dingen gewonnen. Also der letzte Klankrieg war es aber noch nicht in diesem Jahr. Denn wir haben noch mal einen gestartet heute und machen dann so einen kleinen Ausflug gleich. Im nächsten Jahr geht es sofort mit 55er Klankriegen los. Richtig, richtig krass. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch noch zwei Kämpfe, wenigstens zwei Kämpfe aus unserem letzten Klankrieg zeigen. Denn in aller Munde ist ja im Moment der Bad Spell. Also Bad Spell kann man B-A-D nennen. Also Bad Spell oder halt der Bad Spell der Fledermaus Zauber. Und damit haben nämlich zwei Kollegen hier auch angegriffen. Ich hätte damit auch angegriffen, ja. Zeige ich euch aber gleich, warum ich es denn doch nicht getan habe. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo die beiden hier sind. Es ist einmal der Chakutza, der sich hier die Nummer 4 gekrallt hat oder geschnappt hat. Das wäre nämlich meine Base gewesen. Warum es nicht meine Base wurde, komme ich komme ich gleich mal zu. Also erstmal hier den Fries Zauber rein, Wut Zauber rein und dann die Masse an, man kann es ja nicht anders sagen, die Masse an Fledermäuse hier rein. Und er macht das hier, ich weiß gar nicht ob er es jetzt mit dem Machthang gemacht hat oder er hat sie schon. Ich habe ja immer, ich habe leider den Ice Golem zuerst gelevelt. Sonst ich glaube ich hätte vielleicht doch den Zauber erst nehmen sollen. Jetzt lasse ich den Ice Golem aber durchlaufen und guck mal, der nimmt schon fast die, nur die kleinen, ich wollte gerade sagen, die kleinen Piepen jetzt, aber die piepen ja gar nicht. Machen schon fast über knappe 30 Prozent hier in dieser Base kaputt. Und jetzt hat er natürlich, natürlich hat man jetzt keine Zauber, das muss man auch bedenken. Man hat jetzt keine Zauber bei dieser Angriffstaktik mehr, sondern muss dann komplett zauberlos hier über diese oder durch diese Base hier durchgehen. Gelingt ihm aber glaube ich ganz gut. Die Drachen in der Mitte, ja ich weiß nicht, ob man da dann wirklich den Warden zünden muss. Ich meine, da geht jetzt ein einziger Loon, geht jetzt noch mit aufs Rathaus. Natürlich schützt das die Drachen, aber ich glaube sie gehen bei den 1000 Flächenschaden, gehen die glaube ich nicht ganz kaputt. Und deswegen hat er das glaube ich ganz gut gemacht, hier vor allen Dingen am Ende ganz gut gemacht. Und hat außen noch die Queen am Laufen. Die macht jetzt, ach schade, die geht nicht auf die Luftabwehr. Ich glaube, dann ist die im Feld zu weit weg gewesen. Aber er hat hier jetzt noch eins, zwei, drei, drei Drachen, fünf Drachen. Drei waren gerade im Strudel, das waren die drei Drachen. Und die Queen ist immer noch dabei, außen so ein bisschen mit Cleanup zu machen. Das zwingt dann die Drachen vor allen Dingen, schön in der Base zu bleiben und nicht jetzt erst außen rum zu fliegen und dann die ganze Zeit Schaden zu kassieren. Vor allen Dingen vom Bogenschützenturm und vom Magierturm. Die beiden Teslas da hinten spielen jetzt keine Rolle mehr für die Drachen. Und Queen ist ja auch noch dabei. Also super Sache hier. Super drei Sterne gemacht auf die Nummer vier hier. Also eins auf vier. Und wir haben oben noch so einen Angriff. Also es klappt nicht nur bei EZO und Konsorten, sondern es klappt auch bei uns. So ist es nicht. Aber man muss dann schon Mut zur Lücke haben, beziehungsweise Base muss auch passen. Also in der Regel sind es natürlich Single Inferno Bases. Ihr seht das auch hier. Alle drei auf Single. Und mal sehen, was er hier rausgenommen hat. Auch am Adler mit dem mit der gleichen Schematik. Außer hat er einen Fries da genommen. Ich glaube, einen Fries hat er glaube ich gar nicht genommen. Ne, den hat er noch in der Tasche. Und auch hier, guckt euch das an, die Skowusel der Fledermäuse, wie viele Prozente die hier schon rausnehmen. Und die gehen ja erstmal komplett auf Verteidigungsgebäude. Und wenn du dort natürlich richtig eine Masse rauskriegst. Ihr seht das, ein Drache kümmert sich hier jetzt um diese um diese Mittel Lane hier. Und der Rest ist hier voll im Pool. Ja, okay, jetzt jetzt gehen da zwei, drei noch zur Hilfe bei der bei der Queen. Aber die pusten jetzt einmal. Dann ist die 60er Queen hier auch Essig. Und auch hier die, die Fähigkeit des Worten. Kurz nach, nach Platzen des Rathaus, würde ich mal sagen, nach hochgehender Bombe natürlich. Hier nimmt er jetzt einmal den Friespell für den doch starken Single Inferno dort. Und jetzt hat er natürlich hier hinten, hat man jetzt auf dieser Base noch eine Luftabwehr. Die ist jetzt aber auch weg. Die ist auch weg, super. Aber ihr seht, dass hier diese Übermacht dieses Angriffs. Hier da unten sind jetzt noch drei Drachen im Strudel. Es ist echt der Hammer. Held ist hier auch noch außen, nämlich der King. Der sorgt jetzt auch dafür, dass die Drachen in der Base bleiben. Und so werden das hier nackige, krasse drei Sterne. Also super gemacht. Und wie gesagt, der vorletzte Clankrieg in diesem Jahr ging an uns mit 54, 50. Der Gegner war eigentlich im Vorteil. Allerdings ist, weiß ich auch nicht, da sind dann welche gegangen oder gegangen worden. Also wenn man nachguckt, die sind alle tot. Das heißt also nicht tot, sondern es sind unbespielte Accounts zurzeit. Schade eigentlich. Hätte noch ein bisschen enger sein können, aber gut. Nimmt man natürlich gerne mit. Und auch den Bonus nimmt man natürlich gerne mit. Wir sind jetzt aktuell wieder im Clankrieg. Und was wollte ich euch eigentlich zeigen? Ah, ich wollte euch zeigen, warum. Also ich habe mit dieser Armee auch angegriffen. Ihr seht das hier auch mit 100%. Denn auf die Nummer 4 hatte ich direkt Disconnect. Ich glaube, eigentlich habe ich gesagt, dass ich den Wutzauber noch geworfen habe. Aber selbst der kam schon nicht mehr an. Da war ich schon disconnected. Deswegen habe ich dann einfach auf diese Base so ein bisschen, ich war so ein bisschen wurmig, habe ich dann auf diese Base exakt genauso angegriffen. Wo wir aber schon mal dabei sind, guckt euch den Angriff einfach mal an. Ich habe mir so einen kleinen Zettel gemacht. Natürlich möchte ich mich auch in dieser letzten Folge bei euch vielen, vielen Abonnenten, Neuabonnenten, Altabonnenten, Nichtabonnenten bedanken für das tolle, tolle Jahr. Für die tollen Kommentare unter den Videos. Für das ganze Gespiele hier. Ich war ja auch bei euch in den Clans. Also auch mal ein Dank an die Clans, die mich dann immer aufnehmen und ertragen müssen. Mit meiner manchmal vielleicht komischen Spielweise. Aber auch dafür vielen lieben Dank. Das geht ja im nächsten Jahr in jedem Fall weiter mit dem Avatar. Der rollt ja jetzt auf Rathaus 11. Und wem will ich eigentlich noch danken? Ich muss mal gerade gucken. Ich danke natürlich auch allen, die mich auf Twitch verfolgt haben. Auch sehr, sehr nett. Ich werde das Video auch dort hochladen. Denn dort kann man auch ein Video hochladen. Und dann kann man sich das dort auch anschauen. Also auch dort habe ich meinen Kanal ja ein bisschen verändert. Und ich glaube, das hat sich auch, ich glaube, das hat sich positiv ausgewirkt. Muss ich sagen, ich habe eine ganze Masse Follower dort gewonnen. Ich mag die Plattform einfach, deswegen streame ich auch sehr, sehr gerne auf Twitch.tv. Also an alle Subscriber, an alle Follower. Genau da sind es die Follower. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Alle Clans, alle Versprecher, die auch im nächsten Jahr vorkommen, könnt ihr alle behalten. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare pinnen, wo ich mich wann bei was verspreche? Also das wird nicht aufhören. Das ist einfach so. Denn manchmal, wenn man weiß, dass man sich versprochen hat, dann mache ich die Szene nicht noch mal neu. Denn oftmals kann ich sie nicht noch mal neu machen, weil sie einmalig ist. Und deswegen lasse ich die dann immer drin. Also auch die könnte im nächsten Jahr in jedem Fall behalten. Und auch die, die in diesem Jahr gab, seien einfach mal eure. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Kati ist immer am, immer aggro und immer am nölen. Und aber selber hat sie mir zurückgeschrieben. Danke auch noch mal, dass ich auch selber eine Zicke bin. Okay, wenn du meinst, ab und zu bin ich auch wirklich mal ein bisschen zickig. In der Tat. Was steht hier noch drauf? Was mir immer sehr, sehr leid tut, muss ich sagen, sind die, sind die vielen, vielen Chats, die ich nicht gesehen habe. Also auch das habe ich gestern mal im Livestream gesagt, dass ich meine Livestreams immer im Nachhinein schaue. Der Livestream übrigens von vorgestern ist das dann schon für euch von vorgestern. Also vom Samstag geht oder ist jetzt auch live. Und denn das hat dort auch ein bisschen gedauert, bis er erst gerendert war. Und dort habe ich das schon gesagt, dass mir das dann immer unheimlich leid tut. Ich gucke da noch mal und dann sehe ich eine Frage so im Chat und denke, ach schade, die hättest du gerne beantwortet. Also manchmal geht es dann aber auch nicht mehr. Und tut mir einfach leid an der Stelle. Ich hoffe, ihr seht da einfach drüber hinweg. Ich sage es auch oft genug in den Streams, wenn dann noch der Chat ein bisschen derberat hat. Aber war ein toller Abend und hat mich auf jeden Fall super, super gefreut, dass wieder so viele da waren. Es waren wirklich viele da. Das Video hat über 11.000 Aufrufe, auch wenn ihr jetzt noch nicht so viele seht. Aber das war mein absoluter High-Rekord. Und da seid ihr natürlich dran schuld und nicht ich, glaube ich. So, letzten Punkt. Ah ne, das passt so, passt so, passt so. Ich glaube, ich habe alle Punkte angesprochen. Also ich danke allen, allen, auch meinen Moderatoren in den Livestreams. Und ja, so ein bisschen Clash wäre ja gar nicht mal schlecht nebenher, ne. Ah, das Schwarze schreibt er hier. Okay, gucken wir mal, was der André hier geholt hat. Oh, 7.000, ist nett. Und noch da oben in Titan 3. Aber nochmal zurückzukommen auf die Livestreams und die Moderatoren. Ich glaube, ich kann sie an einer Hand abzählen, denn es sind, glaube ich, exakt fünf Stück. Es müssten sein der Felix, der Thiele, der Nico, der Mastengo und der Gerry. Also fünf Moderatoren haben mich auch über dieses Jahr begleitet. Auch dafür nochmal vielen lieben Dank, dass ihr ja immer in den Livestreams dabei seid oder zumindest nicht alle immer. Aber dass wir eigentlich so wenig Moderatoren brauchen, da bin ich wirklich super, super froh rum, dass es immer sehr gesittet abgeht in den Livestreams. Nicht immer. Es gibt ja, ich meine, ich bin ja auch nicht immer dann dann ganz nett. Und wenn, wenn ich dann jemand korrigieren muss, weil er halt Scheiße nur mit AMS schreibt, dann ist das halt so. Dann bin ich ja auch nicht nett. Aber ich meine es auch nur ehrlich. Und deswegen also auch an die nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so treue Fans seid und auch so treu mit Streamgucker seid immer mal wieder auch eingreift. Ich weiß, dass ein Stream jetzt noch im Dezember sehr, sehr hart war für die Moderatoren, wo ich nämlich angefangen habe, Dorfbesuche zu machen. Das muss, das muss wahrscheinlich als Moderator der blanke Horror sein. Ich weiß es nicht. Aber hat da, hat ganz gut hingehauen. Und also nochmal auch da mein Dank. Aber letztendlich der, der große, der große Dank geht an euch alle. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr so cool ins neue Jahr kommt, wie ich. Hoffentlich weiß ich noch nicht. Wir bleiben ja hier zu Hause ganz gemütlich. Also macht euch einen netten Abend. Feiert bei Freunden. Bei uns wird das halt ein bisschen später, dass dann Freunde, denke ich mal, hier aus der kleinen, aber feinen Straße zu uns kommen. Meistens findet das Ganze tatsächlich hier in der Einfahrt statt. Dann wird kurz mal die Anlage von innen nach außen verschraubt, zumindest was die Lautsprecher angeht. Ich muss da auch noch längere Kabel ran machen, wieder mal. Nur für Silvester. Und so, dass wir ein bisschen Außenmucke haben. Und dann wird sicherlich ein bisschen was gegessen, noch ein bisschen was getrunken. Und die 7000 hat er hier super mitgenommen. Also letzter Clash des Jahres hier. Letztes Video vor allem des Jahres. Es sind über 700... Ich gucke mal gerade nach. Mein 741... Ne, 42. Video. Das ist auch sehr, sehr krass. Also ich habe in diesem Jahr doch sehr, sehr viel gemacht. Und last but not least. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es krachen. Aber bleibt vor allen Dingen dabei gesund und munter. Also verletzt euch nicht. Kommt gesund ins neue Jahr rein und nicht mit irgendwelchen Böllerverletzungen oder was auch immer. Wenn ihr euch einen ballert, dann macht das mit Vernunft. So mache ich das auch immer. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, im nächsten Jahr in aller Frische wieder. Guten Rutsch. Und wo ist neues Jahr? Kann ich ja noch nicht sagen. Aber kommt gut rein. Bis dahin. Habe ich alles gemacht, alles vergessen. Alles Tutti. Dankeschön nochmal. Bis dahin. Euer Tutto. Bis dahin. 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 Dreh dich mal wieder. Ich find jetzt noch mal wieder Yeahy, gew journeys. Bis dahin. dropilo.